Aua! Ich sterbe gleich! Ach scheiße! Ja, zu schön geworden! Du wirst mir nur sterben sehen! Okay, ich mich auch! Hä? Ich glaube, du wüsst' gemacht! Beall dich! Ach so! Okay, ich mich auch! Das war eigentlich die EP gemeint, wie die zu dir gekommen sind. Hm? Ich hab die EP gemeint, wie die zu dir gekommen sind. Äh, da unten haben wir da nicht irgendwie Luftzeug da. Ne, ne? Wie weit musst'n du? Ja, das ist so fein. Ja. Ach, wie kommst du hierher? Hier ist Feuer! Ah, da ist ein Rohr! So! Hier unten hast du die EP gar nicht mitgenommen. Ne, ich war da auch. Aber ich hab dich überlassen. Hast du mich überlassen? Ja, dich hier. Da oben ist noch so'n EP. Da komm ich aber nicht mehr dran. Aber das Boot ist immer da rüber. Ja, da kennst du bestimmt dran. Kannst ja irgendwo hoch angeln. Zurück jetzt. Also nur hier links. Ah, ich weiß nicht, wann er hinkommt. Gut. Ich weiß das. Ich muss nur treppen. Nein, doch nicht. So. 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 Mal hochklettern. Geht? Geh erstmal rüber. Nein geh rüber! Wenn ich die runterlasse, dann machen die dich kaputt. Aber es kann einfach kaputt machen. Was machst du da? Scheiße das ist. Ich brauch das Ding. Warum? Kannst du einfach weitergehen? Nein. Doch? Ja, aber hier oben sind noch EPs. Okay, dann lass mich hier durch. Geh mal runter, dafür brauch ich das Ding. Ich seh das geht nicht. Geht doch. Haben wir alles, oder? Ja. Levelaufstieg, die Frequenz. Ja, ich weiß es. Schwerkraftreduktionsfeld, das lerne ich jetzt. Und zwar mach ich da... ...eine Expo-Pfeile weg. Aber das muss ja irgendwas zu bedeuten haben, dass das an der Kette ist. Naja, egal. Mach mal Levelaufstieg. Mach mal Levelaufstieg. Ich kann jetzt was ganz krasses. Mach mal ne Kiste. Ja, ist egal. Lasse doch mal los. Nein, das ist Feuerball. Geil. So, das wird ich. Jetzt da mal irgendwie reintun und so, die Kiste. Hä? Ach. Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Nein. Natürlich. Müssen wir natürlich machen, ne? Wir sind ja... ...Gentlemen. So, darf ich dich jetzt wieder bewegen, oder? Äh, weil ich dich da bin, glaub ich nicht. Nein, das ist das Video. Bla, 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 bla. Überspringen. So, hier, äh... Soll ich jetzt das Ende, oder was? Soll. Ist doch einfach. Wir suchen die Geschwister. Boah, das Ende. Oh, oh, oh. Okay. Was ist das? Diese Gaswolke, sie stinkt nach Tod. Bleib besser weg von ihr. Siehst du, was hier ist? Ah, okay. Die ist... Schwerkraftsiedeltier. Alles ist langsamer. Ja. Das ist awesome, ne? Das ist nicht schlecht, ja. Das ist sogar sehr gut, aber ich hab, äh... Ich bin drüben. Ja, das ist toll. Wow, das ist auch toll. Ich bin super. Da oben ist ein Herz. Hey. Mach mal die Kiste bitte vor mich. Einfach nur hier, dass die genau da ist. Ja, perfekt. Jetzt kannst du wegmachen. Oder... Äh, noch ein bisschen weiter rechts. Hä? Die Kiste bleibt deine Luft einfach? Ja. Ja. Okay, das war aber die Sorge klar. Tafuk? Wow. Wow. Okay. Ich kann wieder nicht umgehen. Ich kann nicht weg, oder? Ah doch. So, jetzt. Bestimmt, da oben ist ja noch ein Save-Time. Gut. So, hier ist noch eine Kiste. Nein, genug. Konzentrieren. Sammelgedicht. Genau was. So, hier ist noch eine Kiste. Hehehe. Vielleicht lustig. Ja, heb so. Genau. Perfekt. Alles eingesammelt? Ich glaub schon, ja. Wollen wir einfach da noch einen hin. Ey, in der Platte springt man auch viel höher. Ja, da musst du den Tippes nehmen. Jo. Ja, die ist ein bisschen... Ja, warte. Ich mach ne neue. Oh. Hehehehe. Okay. Ja, das ist... Ja, da muss schon erst links gehen. Ja, hier einfach unten lang. Glaub ich. Oder geht das nicht? Äh, hier oben ist auf jeden Fall noch EP. Äh, wenn du unten lang kannst? Nein, kann ich nicht. Warte, dann mach ich dir da einen, ne? Nein, dann geht schon. Okay. Oh, da oben ist ja noch EP. Ja, da oben. Der Pfeil ist auf, äh. Das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Äh, Achtung, die brechen zusammen. Die hinteren, ja. Oh, ich will erstmal noch aufziehen. Machst du das? Äh, ja mach das. Oh. Hast du den eigentlich geskillt? Äh, ich hab nur den Archer hier geskillt und zwar ein Feuerpfeil und eben diesen, äh, Schwerkraftreduktionsfeld jetzt. Das ist ganz unten bei mir. Ja. Gehst du? Bitte. Sorry. Wohin? Da irgendwo drauf, weil ich hab ja oben was hochgemacht. Da oben ist auch ein EP und so. Ah, oben rechts, oder was? Ja. Ja, unten sind auch noch Sachen. Ich glaub, oben rechts ist weiter. Ich denke, unten geht's weiter, oder? Ne. Hier ist Luftzeugsgedöse. Und Secret. Mal wieder. Okay. Ich schnappe mal kurz den Mage. Kann ich auch nochmal was mit dem machen. Äh, so. Und das kann ich dann auch so drauf. War arg. So dritt wär das sogar fast besser, weil dann, äh, jeder einen Charme hat und auch, äh, leveln kann. Ja, kommt jetzt mal langsam, oder? Ne, ich bin hier an so nem Rätsel dran, ich krieg's grad irgendwie nicht hin. Wenn du willst, kannst du ja auch kommen. Moment. Ich bin auf so nem Erfolgs-Junk. Äh. Spring. Nein. Einfach nur da hoch springen. Einfach nur da hoch springen. So, wenn man hier drauf läuft, geht es hinten hoch. Aber wenn man hier drauf geht, geht es hinten hoch. Siehste? Siehste? Dann weg. Es gibt noch nicht mehr Jennifer noch Verkauf. Du willst ihn mit mir Kumun. Siehste? Wir haben auch Sentier Gefe? Haus neu ditジrão? Beide ich. Jetzt passt noch mal was rein. So, zack. Level auf sie, geh. Jetzt gucke ich noch mal so schön. Oh, das sieht nice aus. Ach kacke, ich hätte doch mit dem Schwerkraftgedöse da machen können. Ja. Och man. Was? Was will ich doch das Ding da hin machen? Mann ey, halt auf damit. Ja du kannst doch einfach hochspringen. Nein, mach dir Scheiße da weg. Okay. Und jetzt lass das bitte. Ja, hab ich. Ich dachte, das hilft dir. Ah, das war noch ganz anders. Hm. Also geht das denn jetzt nicht mehr? Ja, weil sobald du Gewicht draufbringst, ist eigentlich knapp. Und jetzt hier. Ich kann doch einfach mit dem... Ich muss wieder rein. Ja. Ja, das geht doch. Aber das hier muss bestimmt auch irgendwas. Was? Oh, das ist ja noch vorhanden. Was? Oh, das ist ja noch vorhanden. Alter! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Kommst du da hin? Ja. Nein! Ich drehte! Oh man! Nein! Fuck! Ah scheiße! Mann ey! Oh und jetzt bin ich eingeklemmt hier zwischen diesem scheiß Teil hier. Noch! Spring! Warum fahr ich denn da immer runter? Ja weil es da oben nur so ne Kante ist, du rutschst da ja rechts weg. Schnell weiter, kein boh mehr jetzt auf den Takt. Warn die P. Warum bin ich jetzt bei dir? Hä? Warum bin ich jetzt bei dir? Keine Ahnung Dann, du hast dich zu mir teleportiert? Ja, auf einmal war ich bei dir. Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß, ich wollte es ja nicht mal. Weil bei dir vielleicht ein Wasser hier wird. Okay, vielleicht habe ich eine Taste gedrückt, weswegen man dann teleportieren kann oder so. Nein, ich muss das noch mal machen. Wir müssen hier aber mit dem Wasser wieder spielen. Ach so, ehrlich? Ich bin hier schon voll weit. Jetzt gerade, deswegen... Ey, wir müssen hier doch mit dem Wasser spielen. Das schaffe ich auch selber, warte. So, da drauf stellen. Oder? Ja, das müssen wir ziehen, ja. Ah, nee. Nee, nicht ganz. Ah, super, ey. So eine Scheiße, ey. Kacke alles hier. So eine Scheiße, ey. Kotz mich wieder an. Ehrlich. Mann. Was denn? Ach, dieses Rumgelegge. Da geht mir voll auf den Sack. Ich bin jetzt gerade gestorben, weil der in unmöglichen Stellen, äh, unbedingt an meinen, muss hier... Du, fahr ich mal die Frams runter. Ich bin ja mal gescheiße. Du sollst mal richtigen Rechner kaufen. Hä? Du sollst mal richtigen Rechner kaufen. Hahaha. So. Äh, gibt's nichts mehr. Doch. Da. Ja, dann kannst du es selber holen. Ich hab ihn doch gerade eben. Ich hab ihn doch gerade eben. So, oben weiter. Ja. Ich geh weg. So. Ich hab ihn jetzt. Ja. Nein. Ja. 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 Ich hab ihn doch so schnell runtergekommen. Hm? Ich muss einfach durch mich dran. Äh. Wie viel Leben hab ich noch? Oh. Das war aber... Rieal hier, Rieal hier. Ja. Ja, gut. So, ich hab da was Neues gelernt. Äh? Wie soll das gehen? Was denn? Eigentlich kann ich die Gegner einhöhlen in so ne Kiste. Ich kann ja hier an einem Sprecherpunkt die ganze Zeit hin und her rennen. Dann hast du ja im Endeffekt unendlich Leben. Ja. Ich hab noch ein bisschen den Kegel gesehen. Tup 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 tup. Aber es will nicht so, wie ich es will. So. Das hab ich auch. Schonmal deaktivieren. Oh. Du springst ja dann dagegen. Ich glaub nicht. Mein Gott. Brauchst du wieder lange, ey. Ja. Ich bin halt nicht so der Pro. Aus dem hast du den Magier. Du hast so viele... ...Mittel und Wege. ...Mittel und Wege. Komm ich hol das kurz. Ah Wasser. Ja. 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 Aber irgendwie passiert ja nix. Doch, doch. Das dauert auch nicht so. Sehr schön. Gut. Muss ich nur gucken, wie ich hier wieder wegkomme. Na ja. Also das ist voll hinderlich, mein Scheiß. Mach doch noch kaputt. Den Scheiß. Ey. 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 Das seht du da nicht hoch. Ah, f***h. So Fred. Oh. Okay. Ich mach's anders. Achso. Okay, verstehe. Hab ich fast abgeschossen? Warte mal bitte! Warte mal bitte! Ja, wie warte? Dann sterbe ich! Was soll denn das scheiß? Ja, muss vielleicht irgendwie jetzt mit dem linken Trigger machen. Also den drücken, weil das muss ich machen. Also ich... dieses Schwerkraum, den mir das zu machen. Warte mal, mach mal eben hier... Was hast du gesagt? Linken Trigger? Den drücke ich. Oh, Endboss. Ach so, nicht Endboss. Da kann ich den Boss geben. Glaub ich jetzt. Ich werde euch in Ohren zerschmettern. Und aus eurem Fleisch... Lass mich! Ich will! Renn, renn, renn! Scheiß drauf, renn! Ich weiß noch nicht, wohin. Ah! Da hoch! Der Eck fest! Da kann man was machen, weh! Rett! Oh! Letzter Checkpoint, ne? Beschäftige den mal bitte! Der hat der... der Herr hackt hier mit seiner Axt rein und dann... Ja, ich muss die aber an den Hebel bewegen. Und der ist ziemlich lahmarschig. Ich muss nicht, weil ich den Krieger mache. Renn, renn! Gas! Ich hoffe, wir kommen unbeschadet da durch. Das ist der Stand. Oh! Ja! Raus hier! Raus! What the? Raus! Und hängt durch. Ja, vielleicht kann man das ganze Teil da bewegen, ne? Nein, kann ich nicht. Echt? Ja, und jetzt das rechte. Das ist so... Zwei... Zwei... Ah, danke. Zweisitzer. Also hier so zwei... Einmal vordere, kleinmal hinter. Genau. Kann ich das machen, während einer da drauf ist? Versuch's einfach. Sieht so gut aus. Ich muss erstmal das hintere nachziehen, oder? Ja, okay. Vielleicht werde ich seh krank. Da kann ich aber nix für. Da kann ich aber nix für. Das ist so schön draußen, Arthur. So, jetzt das andere schön als du bist. Geht nicht, ne? Oben kannst du auch nix bewegen, an dir. Nein, ich kann nur unten die Klötze machen. Nein, ich kann nur unten die Klötze machen. Ranger. Könnte ich ja drüber halten. Weil du vielleicht da irgendwie was... Holz vorhin reingeschmissen hast. Und bist du tot? Nein. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Also das ist jetzt einiges EP noch weg, aber... Ja, egal. Das sieht nach Ende aus irgendwie. Schwein. Die Unkelheit umhüllte den Sumpf, als die Nacht hereinbrach. Schade, dann wird sie in den EP verloren. Egal. Und erhellte den Weg. Wo denn? Ein riesengroßes Baumhaus. Eher ein Baumschloss. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser mal an einen netten Strand bringen. Gehen wir rein. Einen netten Strand. Ja, ich würd aber sagen, so langsam müssen wir hier reingekommen. Sonst schade, dass ihm... Ein Let's Play aus. Ja. So, dann hätt ich mal gesagt, Offensichtlich ist dies das Heim einer Hexe. Sie singen nicht mal. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Wenn's wieder heißt, Let's Angezockt. Together. Eine Hexe, sagst du. Das ist schon kein Angezockt mehr, Jens. Doch, klar. Die zwei Stunden da... Let's Angezockt zweieinhalb Stunden. Ja, passt doch. Let's Angezockt. Together. Übertrieben Blind. Übertrieben Blind, genau. Oh. Ja. Ja. Also. Nicht verpassen, die nächste Folge, die wird fediponal. Bis dann. Schauen wir mal.